Hallo und willkommen zurück zu Subnautica. Ich hoffe, ich habe den richtigen Spielstand geladen. Ich erinnere mich, ich wollte Kracherpulver holen. Und für was? Weiß ich nicht mehr. Wir tun es einfach. Und was haben wir noch so? Im Inventar Magnesium hatte ich schon hergestellt. Wahrscheinlich brauchte ich einen Computerchip oder so. Laser, äh, Laser, genau. Schweißgerät wollte ich, äh, ich komme nicht auf Laser, ich weiß es nicht. Ähm, Schweißgerät wollte ich noch herstellen, ähm, bevor wir zu Aurora schwimmen. Und ich drücke jetzt nicht F8, um Fehler zu melden. Alles in Ordnung. Taschenlampe ist natürlich auch eine gute Idee irgendwann mal. Und, äh, wenn ich Glück habe, finden wir so ein Kracherding. Auf jeden Fall sieht es hier sehr höhlig aus. Oh, das ist sehr tief und sehr dunkel. Mit Sandstein. Wir haben Gold aufgenommen. Keine Ahnung, wo wir hier, ähm, Sandstein gefunden haben. Ist normalerweise gar nicht ein bisschen tiefer. Aber ich nehme es. Ich stelle es nicht in Frage. Alles gut. Her damit. Das sieht aber auf jeden Fall ein bisschen nach einer tieferen Höhle aus. Das wollte ich gar nicht. Schwimm schneller. Ich brauche diese blöde Pulver. Was war das denn gerade für eine Geschwindigkeit? Ach, Mist, 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 Mist. Mal durchtauchen. Das ist immer das Problem, wenn das Spiel so ab und zu mal hängt, dann, ähm, tauchen auf einmal die ganzen Gegner vor einem auf. Guck her, hier, hier. Fisch, Fisch, Fisch. Hatten wir den nicht schon mal? Den doch, Fisch. Dachte ich eigentlich schon. Darf ja auch Essen und Trinken nicht vergessen. Ach, Salz. Salz ist auch gut. Und dich noch. Ich habe dich in die Enge getrieben und es trotzdem nicht geschafft. Ich bin ein Held. Ach, komm. Hör auf, Haken zu schlagen. Du bist kein Hase. Blasenfisch. Blasenfisch. Und dann soll es erstmal wieder gut sein mit Fischen. Einmal noch so einen Kracher hätte ich gerne. Ach, shit. Da ist zwar jetzt der Fuzzi, aber ich schwimme mal hier schnell hoch. Ich höre ihn schon. Ja, 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 ist gut. Das war diese schöne, große Koranle, aber die brauche ich eigentlich gerade gar nicht. Was mich nicht davon abhält, Sachen mitzunehmen. Und Salz. Mehr Salz. Mehr Salz. Verstehst du? Ähm, ich sollte aufhin solche blöden Scherzen zu machen. Da hinten ist noch was zum Scannen. Du magst, du magst mich nicht. Nein, nein, ja, ja, verstehe schon. Nimm dir ein Stück Metallspiel damit und lass mich in Ruhe. Ja, nimm dir das. Sehr gut. Dennoch so einen Angriff überlebe ich nicht. Mobile Vehicle-Bucht hatte ich da nicht schon. Oh, nein. Ich dachte, da hätte ich schon mehr Teile. Komisch. Bioreaktor habe ich aber schon. Nein? Irgendwas irritiert mich gerade. Wieso habe ich das alles noch nicht? Strahlenanzug habe ich nicht, dass ich da auch einfach einen Spielstand geladen habe. Das sah eigentlich nicht so aus. Das ist gerade ein bisschen seltsam. Ich dachte eigentlich schon, dass ich da größtenteils schon mehr von gescannt habe. Ich hätte aber jetzt doch gerne diese Kracherhöhlen. Gehen wir nochmal hier rein. Da liegt noch so ein Ei. Das ist wahrscheinlich vom Gasopult. Achso, das ist jetzt wieder... Ist das dieselbe, wo ich eben drin war? Weil die so sehr lila leuchtet. Da ist noch ein Ei drin. Nein, das ist kein Ei. Das ist ein Kracher. Wunderbar. Also, außer, dass ich jetzt wahrscheinlich gleich sterbe. Hahaha. Pulver, Pulver, Pulver. Bitte. Ja, wunderbar. Hat das gerade noch so geklappt? Och Gott, nicht ihr. Müsst ihr direkt hier so an meinem Zuhause rumschwimmen? Da ist, glaube ich, gerade ein Vogel durchs Wasser geschwommen. Wir ignorieren diese Fehler. So, Schweißgerät. Magnesium, Kracherpulver, Titan. Das haben wir jetzt. Wunderbar. Dann können wir zum einen hier Sachen schweißen und zum anderen in der Aurora. Taschenlampe, Batterie und Glas. Eine Tauchleine. Brauche ich, glaube ich, gerade mal nicht. Konstruktionswerkzeugen natürlich später auch sehr wichtig, damit wir Sachen bauen können. Das brauche ich aber jetzt noch nicht ganz so dringend. Basis kommt, aber ich wollte vorher zur Aurora. Vielleicht sollte ich mir was pökeln. Hält länger. Geht mir das nicht alles kaputt? So, dann... Den Segleiter... Den kann ich, glaube ich, nicht hier machen. Ich glaube, den... Oder? Doch, kann ich hier machen. Batterie, Schmierstoff, Kupferdraht. Na ja, jetzt machen wir erst mal... Wir essen erst mal was. Nee, essen ist eigentlich great zu trinken. Ich röste den Schweißer aus. Hallo, Herr Schweißer. Ja, einmal wieder angucken. So sieht das Teil aus. Wunderbar, funktioniert. Ranhalten. Äh... Ranhalten? Wieso macht er das hier gerade nicht? Wieso hänge ich jetzt fest? Ich glaube, ich hing da noch in diesem Fabrikator drin. Versuchen wir es damit. Kommunikationsrelay wiederhergestellt. Wieso ruckelt das hier gerade so, Ko? Nachricht abspielen. Neun Stunden. Ich glaube, die sind schon um. Da ist niemand gekommen. Das Notsignal hat, glaube ich, keiner... ...mitbekommen. Wieso kann ich das Ding denn nicht reparieren? Ich habe das im Stream gesehen, beim Punk. Das hat funktioniert. Weil dann ist nämlich die Anzeige auch wieder ganz und man hat mehr Licht hier dran und so. Das ist irgendwie gerade sehr komisch. Dass ich da nicht rankomme. Ah, gehen wir nochmal rein, wieder raus oder so. Hör ich jetzt... Senden wir jetzt die ganze Zeit so ein Signal? Ich höre es piepen. Das ist ja überhaupt nicht nervig. Ich will doch gerade nochmal gucken. Du warst viel zu lange dort unten in der mitternächtlichen See. Oh, siehst du nicht, was ich meine? Man weiß nicht, von wem die Nachricht kommt. Ich kann das... Das gibt es doch gar nicht. Das ist doch doof. Mach ich was falsch? Eigentlich nicht. Wieso kann ich dich nicht reparieren? Einmal überall dran halten. Wieso ist das kaputt bei mir? Ich meine, das ist jetzt nicht wahnsinnig wichtig, glaube ich, aber... Kann ich dich reparieren? Ach, das ist doch doof. So. Das Silber und das Gold sollte ich vielleicht mal ablegen. Passt aber nicht alles rein. Nehme ich den... Das andere... Mein Locker. Das ist doch... Ich finde das sehr merkwürdig, dass es nicht geht. Wenn ich den Spielstand neu lade oder sowas. So doof. Naja. Ähm, wo hatte ich den denn? Toll. Er ist jetzt überhaupt nicht weit weg. Kann ich den mitnehmen und... Aufnehmen. Ich kann den so ein bisschen schubsen, ne? Ich würde den gerne mehr in meine Richtung... Es gibt auch ein Gerät, mit dem man Sachen bewegen kann. Das werden wir eventuell auch bauen müssen demnächst. So, Gold und Silber wollte ich ablegen. Blei und Faser können wir auch ablegen. Ich tue jetzt mal alles rein. Aha, alles rein, ja genau. Ähm, das Titan. Ich schubs dich noch ein bisschen. Muss ich noch so ein Locker herstellen. Ein Spind. Ein... Schrank. Schrank. Ähm. Könnt ihr woanders hinschwimmen? Nein, nicht wieder aufsammeln. Ich wollte ihn eigentlich benutzen. So, Restetan da rein. Messer, Scanner, Essen, Trinken. Das muss ich alles mitnehmen. Ähm. Es stört mich echt, dass das so weit abtreibt. Ich weiß nur nicht, ähm... Diese Kapsel, die treibt auf jeden Fall ab. Nach einer Weile. Die verändert so ein bisschen ihren Standpunkt. Kann sein, dass die Spinde aber bleiben, wo sie sind. Das ist das deswegen... Soweit es auseinanderliegt. Ich muss gerade noch mal gucken. Ähm. Genau, der Strömungsgenerator. Mit dem könnte ich das nämlich verschieben. Brauche ich aber Batterie, Schmierstoff und Titan. Das ist noch echt teuer. Batterie... Batterie... Ähm... Was war denn? Schmierstoff. Winterracken Samenbüschel. Wie ich sie liebe. Ich brauche mehr zu trinken. Jetzt wird es stockdunkel. Und... Ähm... Dann suche ich halt mal Getränke. Ich suche Getränke. Ähm... Destilliertes Wasser wäre noch eine Option. Ich habe auch, glaube ich, nicht so viel Salz. Außerdem habe ich das aufgebraucht zum Pökeln. Wo sind denn meine ganzen Fische? Da ist einer. Aus der Hand nehmen, dann schwimme ich schneller. Und dann kriegen wir dich auch noch... Ups, oder auch nicht? Okay. Winterrackenbüschel. Ach Gott. Ah, ist jetzt... Doch, da sind sie ja. Wahrscheinlich werde ich jetzt wieder vor so einem Mistkerl da angegriffen. Ah, das sind noch bei weitem nicht die schlimmsten Gegner hier. Besonders, weil man keinen, glaube ich, töten kann. Wirklich. Also zumindest von den ganz großen Gegner nicht. Habe ich zumindest noch nie überlebt, den Versuch. Und wenn wir gleich Richtung Aurora schwimmen, werden wir mit Sicherheit schon den Ersten begegnen. So, Büschel. So viel wie ich tragen kann. Sieben aufgenommen. Acht auf... Oh Gott, ich höre irgendwas. Aber ich glaube, das ist... Das ist das Ding da hinten. Diese Hitze. Können wir ein bisschen Schmierstoff herstellen. Brauche ich für beides. Den Strömungsgenerator und den Segleiter. Es würde halt ein bisschen schneller gehen, mit dem zu Aurora zu kommen. Man schwimmt ja doch recht langsam. Schmierstoff ist unentbehrlich für den Bauer von Fahrzeugen und Kraftwerken. Die ersatzweise Verwendung von fremdartigen Materialien ist eine bewährte Überlebensstrategie. Ja, schön. Kupfer bräuchte ich noch einiges. Was ist denn der? Nochmal hier. Kupfer, Draht und Batterie. Titan. Kupfer. Titan. Säurepilze. Die muss ich wieder sammeln. Ich bin gerne gut vorbereitet, bevor ich irgendwo hin aufbreche. Deswegen werden wir wahrscheinlich die Aurora dann in der nächsten Folge erst angehen können. Aber glaubt mir, mit Segleiter ist das viel besser. So, jetzt können wir auch einen herstellen. Und dann am besten noch eine Ersatzbatterie mitnehmen. Wenn ich die noch herstellen kann. Ja. Taschenlampe wird jetzt auch noch geil, aber was brauche ich dafür noch? Glas. Achso, ja, doch. Das können wir euch auch noch machen. Taschenlampe braucht natürlich auch wieder Energie, das heißt wieder Batterie. Dann haben wir zumindest heute ganz viel gemacht. Also hergestellt. Sonst nicht viel gemacht, aber... Das wird noch... Ich würde das so gern schweißen können. Ich hasse es, dass das nicht geht. Vielleicht werde ich gleich nach dieser Aufnahme nochmal den Spielstand neu laden. Und dann geht's vielleicht auch. Jetzt legen wir alles ab, was wir nicht mitnehmen wollen. Zur Aurora. Das heißt, ich nehme nur Essen und Trinken mit. Und den Feuerlöscher und den... Ich wollte es nicht beschriften. Und den Segleiter. Und Ersatzbatterie. Achso, hier ist ja alles voll. Ganz super. Ach, jetzt bin ich durchgeschoren. Na komm, öffnen. Achso, da sollte ich noch Wasser draus machen. Dann lege ich die Taschenlampe mal auf die 4 und den Kleiter auf die 5. So, einmal noch Wasser. Und das muss uns reichen bis zur Aurora. Ein Tag. Ein neuer. Und das ist dann unser nächstes Ziel in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.